Heute, wie geht es euch? Heute zeige ich euch, was Santa Claus im Sommer macht. Also ich habe noch ein bisschen recherchiert und habe dieses Bild von ihm gefunden. Das sieht doch sicher aus wie Santa Claus. Ich habe ihn gestern auf der Straße gesehen und habe dann dieses Foto gesucht. Aber, glaubt ihr, das ist echt? Dieser Song? Es gibt auch viele Songs von... Da gibt es ja diesen neuen DJ, der heißt DJ Santa. Er hat hier einen Song geschrieben. He he he, ich will Spack mit Ice-D. Sehr berühmter Song, oder? Da gibt es doch... Alle europäischen Staaten sagen das zu Santa Claus. Da gibt es viele Schilder, die gegen Santa Claus sind. Zum Beispiel das. Ja. Also ich finde das echt... Urgemein. Weil die Kinder kriegen ja keine Geschenke. Uuuuuh. So sexy. Ich habe mir gedacht, dass Santa... Der, ähm... Santa ist urso muskulös und so. Aber das ist er gar nicht. Trinkt ihr gern Pepsi? Also bis zum nächsten Mal. So lange. SB. Schau. So. 여러. Oh!